Oh Gott! Ich hab Zürfung, sonst bist du hin! Pass auf, wenn der Zug oben ist! Nein, keine Steps! Gehen wir weiter in die Zahne! Die machen viel Zahnfett! Ja, das soll uns ruhig! Ein 116, das hinterher im Gegend! Nice! Gehen wir weiter, Zahne! Sonst wird uns das Sander-Problematisch an der Unsau ergreift! Ist das oben, oder sagst du es unten? Ah, unten! Ah, unten! Ich hab einen Kill gekriegt! Nice! Ungeschnuppt! Ja, 116 hinten, das ist aber Zahne da verringt! Achso! Nicht aufmachen, ob ich! Einfach los! Ist gut, wenn der Zürfassungsbistolen ist, wenn du in Gebüsch huckst, kannst du einfach scannen! Seid denn, du bist zu nahe halt! Oh, das ist doch ein Zielerfassungserfolg, gell! Alter! Instant Headshot! Ja, früh, oder? Da steht Auto von Marmat! Marmat! Da war wer! Ja! Ja! Ob ich da so ein Fassler erinnern, was die... Oh, da ist Medikin, wenn ich fassle! Den Fassler! Oder da Kohl und... Kokosnüsse! Der Fassler ist frisch, ja auch reißen! Ja! Klaas, wer will er noch? Ich nehm's Messen! Da war ein Piggy zu mir! Hä? Weil ich habe irgendeine Sprung! Irgendwie da außerhalb von der... ...Sonic gerestartet! Gehen wir weiter! Wo gehen wir hin? Am besten in das Gebüsch statt vier! Ja! Da sagt er, der Abstand gibt's fünf! Da ist er hier! Ja, nicht! Ich glaube ich da nicht, oder? Ich glaube ich da nicht, oder? Ich habe wieder keine Rückmackes haben! Egal! Okay, Huck im Gebüsch! Okay, okay, okay! Okay, zehn Teams noch! Huck im Busch! Diamant 2 ist schon nicht so einfach! Zu wenigstens 10! Und dazu ist immer Top 5! Huck! 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 Ich glaube ich habe nicht das Beste, hätte ich! Ja, das ist ein Pig! Huck! Top 10 nehmen wir noch! Robin! Da kommen wir mit der Leon! Die gehen wir direkt vor uns irgendwo! Du, 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 du! Du bist wirklich geballert! Jetzt haben wir eine Vakierung gemacht! Huck! 116 hit! Da wird jetzt auch denken, um Scheiße, was der Schuss ist! Ja, ja, jetzt sehen wir die, wenn es mit der Snipe-Pause ist! Ja, ja, ich weiß es ja! Wir warten auf die Zone! Wir werden dort gar nicht schauen! Wir müssen aufpassen, dass wir nicht hin... Okay, da ist keiner! Oder? Wir gehen nach dem Turm auf, Füge! Die fährt denn gerade da vorne, Fugas! Lassen wir es ruhig! K-Kar-Kar... Kann man den Mod mitmachen, schauen wir ihn! So bleiben wir stehen, bin doch verrückt! Okay, so verrückt! Der erste Gegner gilt, weil ich steh'n so zuippe! Alter, da sind laut der Medaille aus! Oh, Maguina! Schütt, ah, Timo, soll die Medaille ausmachen! Eih, ich fack' mit der Mauer! Ich fack' mit der Mauer! Ich fack' mit der Mauer! Alter, was? Ich kann mit der Pfeil-Tasten-Arena... Mit der Pfeil-Tasten-Arena! Mit der Pfeil-Tasten-Arena! Wie schier das denn das ist? Du wirst da nicht rebootet! Nichts! Nichts! Nein, kann man! Die Pfeil-Tasten-Arena! Das ist leppert! Wenn du ein Fulte spielst! Ich fack' mit der Pfeil-Tasten-Arena! Du Schütt, ah, hinter BAM! Jüng! 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 Ein... Warte mal! Warte mal! Eins! Zwei! Drei! Ich hab' ein Sniper! Der hat ja noch mehr Bordel im Kopf! Aber wir müssen vier! Auf jeden Fall! Da rückt einer drin, gell? Ja, ja! Das ist der Teamkollege neben mir, ja! Komm, hol dir die Karten! Hol dir die Karten! Warte mal! Wir müssen in die Zone! Hol dir die Eid! Huh! Das ist nicht zurück! Das ist nicht aus dem Bus! Buschnasse schiessen! So kann das nicht! Hol dir die Eid! Ja, ja, ja! Wir müssen in die Fieri! Schießt ihr da wirklich drauf? Ja, ich geh ein bisschen in ein anderes Gebüsch! Ich hab' ein Kräft zu sein, ich schieße da drauf! Schieß drauf, Oben! Fahr da noch zu! Ja, ja! Fahr da noch zu! Ja, halt! Ahto! Ahto! Hinter uns! Jetzt fahrt ihr auch in das Team! Pass auf! Pass auf! Du erzählst das nächste Team! Jüng! Pass auf! Jüng! Ehh! Ein, dann sehen wir's noch! Du, 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 Bump! Ich hab' ein Büssch! 105er Hatt! Ah, ein Trafen! Dann hat glaube ich doch gut eine eine, die da vorne. Und einer da drüben hat noch 105er Hatt, pass auf! Pass auf! Der Snap tut dran! Jüng! Wir sind gerade noch in der Zone, glaube ich. Da vorne wird keiner ab, wann dabei ist. 116er Hit. Steppert. Schöne da. Schöne da. Ich weiß, wir sind wohl... Da vorne ist er auch noch, oder was? Ja. Vor mir ein Auto. Auto. Der hat seinen Beet in den Stieg gelassen, oder so. Ah ja. Da rennt der Händl. Da rennt der Kollege. 21er Hit. Robin schießt auf irgendwas? Ja. Ja. Dann gehen wir weiter. Ja, ja. Zonenrand. Geht schon, geht schon. Zonenrand. Dann kommt da die Dreckzone. Ja, Robin schießt zu uns und man kommt so ein bissel. Boah, 7-7 auf der kleinen Zone. Ja, ja, ja. Es ist wieder lustig. 18 Leute auf der kleinen Zone. Oh, weh. Es wird jetzt ein Baufheit des Todes. Mhm. Ein bisschen mehr. Ein Punkt Schieb. Wir gehen ja den kleinen Berg tendiert. Auto hinter uns irgendwo. Ja, ja, ja. Auto kommt. Lass das vorbeifahren. Scheiße, das ist ja gegenüber von uns. Pass auf, das sind drei Leute. Ja, ja, ja. Ich bin im Gebüsch. Ich bin im Gebüsch. Ich bin hinter uns. Da kommt aber gleich wer an der anderen da her. Hinter uns kommt noch wer. Oh, ja. Vor mir seien es. Ja, ja, ich weiß es, Jürgen. Ah, der ist dann. Vor uns oder hinter uns irgendwo? Da ist da. Da hinten. Ah, ja. Habe ich gesehen. Da hinten. Oh, ich seh. Nein, ist auch gut gut ausgesnippt. Ganz hinten bei einer da her. Dort könnte da wer sein. Mhm. Ich glaube, dass da im Gebüsch. Da sind. Dort kommt einer. Dort, 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 dort. Dort war einer. Ja. Oh mein Gott. Ich schaffe da noch an. Wobei da unten da an? Jürgen, da kommt keiner. Okay. Wir messen da ein bisschen auf hier. Dort im Gebüsch. Ist dort weit drin. Ich weiß es. Der hat sehnt gut. Links! Hinter euch! Hinter euch! Hint! 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 Der hat leidert uns, hat uns gerettet jetzt. Hint! Okay, wir müssen weitere vor. Die Zone ist echt reingervoll. Ah, man ist hier echt Echt. Ah, der baumsel Nest desper. Hat lässt. Der has Facebuilt. Oh, das hat ein paar... Hat ein paar Heats. Aber aufpassen, wir müssen in die Zone. Man mate, man meint. Man hat eine Zone. Schieß's überall auf. Min mag, chus. Man mate, man mag! Den 1976 waren runter. Ah, der hört sich jetzt schon mal an. Gehen wir Richtung Zonnetubbies? Ja, ja, hab ich schon. Bin schon unterwegs. Ein Hobbit down! Sehr gut. Neun down! Oh, wieder der Snap! Neun er konnte Heats! Der Zürfass ist bis du ins Goet wert! Neun eliminiert! Zonnet! Ich bin so! 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 Ich kann so! Ich bin so! Ich bin so! Oder ein paar Krämmchen! Vor mir ist einer! Ja! Oh! Was war ich? Was ist denn da mit mir, Robin? Das ist ein Gebüsch! Ich bin so! 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 Das ist keinemal! Scheiss Zonne! Die Zonne ist krank! Was? Ich bin so! Wo? Du hast mit der Zürfass bist du mit Zui! Hinter der Wand glaube ich muss er stehen! Ja! Oder ein Buschen drin! Buschen! Ich hab einen Buschen drin. Scheiße, ich hab ihn nicht erwischt! Okay, ich hab ihn nicht gewischt. Nein, da ist was, da ist was die! Boden! Zone! Drei gegen zwei, drei gegen zwei, Zone! Zone ist echt. Hinter mir wo? Ich hab keinen mit mehr. Einer fast hin! Fünfziger, der ist fast down! Der ist fast eliminiert! Welcher? Der rechts! HIT LOAD SHOT! Nein, da kann ich nur spawnen! F***! HOT! HOT! Jürgen! Da hat's kein eins! Du! 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 Ja! 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 Ich glaube er verteidigt den Ranked, ey! Das war nice, das war sick. Oh, black! Ach... Ach... Ok. Okay, okay, verwirrt noch mehr. Oita, was war alles jetzt dann? Oita, Fieber. Das war... 12 Kills! Oita, jetzt steigen wir Hardcore, oder? Sieg, oder? Oder Diamant 3? Döp in Diamant 2.